Bei den Frauenfilmwochen im Kino-Center Rendsburg gibt es zweimal im Jahr eine handverlesene Auswahl aktueller Filme mit faszinierenden Frauenfiguren. Meine Tochter und ich besuchen schon seit vielen Jahren die Frauenfilmwochen. Also als Gruppe gehen wir zu den Frauenfilmwochen, weil wir gemeinsam schon häufiger zu kulturellen Veranstaltungen gegangen sind. Und die Frauenfilmwochen bieten für uns eine gute Gelegenheit, auch mal Filme zu schauen, die nicht so unbedingt ganz gängig sind. Also ich liebe den besonderen Film und da dieser Bestandteil in der Frauenfilmwochen ist hier im Kino-Center, bin ich des Öfteren eben da, sobald ich Zeit habe. Und ich finde die Atmosphäre ganz toll, es gibt was Süßes, es gibt ein Glas Sekt und ich finde es einfach top. Wir sind ja beide begeisterte Kinogängerinnen und sehen uns gern gemeinsam Filme an über Lebenswege von Frauen. Vom Jenkelklopfer bis zum, dass man weinen muss und dass man das am nächsten Tag, wenn man sich zufällig am Kopierer trifft, dass wir dann sagen, also können wir nochmal drüber reden, ich habe jetzt drüber geschlafen irgendwie. Ich gucke gerne dramatische Filme, weil in diesem Film auch eine Entwicklung passiert, in denen auch Konflikte beinhaltet sind und am Ende gibt es oft ein Happy End, was ich sehr gerne mag. Ich mag sehr gerne tiefgründige Filme, weil sie zum Nachdenken anregen, lange in Erinnerung bleiben und man sich lange noch darüber unterhalten kann. In den Frauenfilmwochen finde ich es gerade so toll, dass auch junge Frauen eine wichtige Rolle im Film spielen. Das finde ich immer besonders schön, weil ich mich selbst damit so gut identifizieren kann. Den Veranstalterinnen ist es auch immer gelungen, ein breites Spektrum an guten Filmen uns zu zeigen. Deshalb gehen wir gerne zu den Frauenfilmwochen. Ja, ich finde diese Veranstaltung einfach klasse. Und deshalb freuen wir uns auf die diesjährigen Veranstaltungen der Frauenfilmwoche. Die Frauenfilmwochen, eine Veranstaltung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Rendsburg. Schauen Sie in den aktuellen Programmflyer oder unter kinocenter-rensburg.de Deshalb gehen wir gerne zu den Frauenfilmwochen.